Noch nie waren die Herausforderungen für Kinder so groß und vielfältig wie heute. Für eine bessere, gerechtere Welt braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung. Immer schnell helfen, da wo Hilfe gebraucht wird. Die Zusammenarbeit in starken Bündnissen und Partnerschaften ist der Schlüssel für nachhaltige Verbesserungen. Wenn man viel bewegen will, muss man auch einen langen Arm haben und eine kräftige Organisation, die vor Ort ist. Die Wirtschaft mit ihrer Innovationskraft, mit ihrem technologischen Know-how und finanziellen Möglichkeiten muss den Wandel mitgestalten. Wir wollen Hoffnungen geben und ich bin der Mann, dass UNICEF das machen kann. Wir vertrauen wirklich UNICEFs Expertise, um die Finanzierung und Unterstützung zu ermöglichen, wo es am meisten gebraucht wird. Most. Gerade dieses Thema nächste Generation plus der globale Ansatz von UNICEF passt einfach sehr, sehr gut zu uns. Genauso wie Ernstings Family ganz klar für das Thema Familie steht, ist UNICEF wie keine andere Organisation für das Thema Kinderrechte und für Zukunftssicherung der Kinder in der ganzen weiten Welt prädestiniert. Ob Unternehmensspende, Kundenaktion, Mitarbeiterengagement oder strategische Zusammenarbeit – jede Unterstützung leistet einen unverzichtbaren Beitrag. Zur Partnerschaft mit UNICEF ist es gekommen, weil wir mit UNICEF die bestmögliche Synergie gesehen haben. Ich war im März 2023 mit UNICEF in Bangladesch und da sieht man vor Ort, wie die Arbeit und die Hilfe wirkt. Unsere Mitarbeitenden vertreten auch die Werte zu helfen, wo sie können, auch weltweit. Wir wollen Kinder, junge Leuten eine bessere Zukunft geben. Wir haben sehr positives Feedback von unseren KundInnen bekommen, weil sie halt gesagt haben, UNICEF Kinder und Ernstings Family Familie, das passt perfekt zusammen. UNICEF bedeutet für mich Hoffnung. Global agierend. Vertrauenswürdigkeit. Kraftvoll. Auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Jetzt Verantwortung übernehmen – mit einer UNICEF-Unternehmenspartnerschaft. UNICEF – für jedes Kind. UNICEF-Unternehmenspartners UNICEF-Unternehmenspartners UNICEF-Unternehmenspartners